Ja, guten Tag, ich bin Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Gattenfenne. Meine Frage, 20 Jahre nach dem Mauerfall, 19 Jahre nach der Wiedervereinigung und wir zahlen immer noch Solidaritätszuschlag. Wäre es jetzt nicht endlich mal an der Zeit, den Soli abzuschaffen, damit auch die letzten Grenzen in den Köpfen der Menschen verschwinden?